Portalachsen für TRX4, TRX6 mit Messinggewichten. Achsgehäuse für den TRX4, TRX6. Vorderachse mit Messingportalen und Messingdifferenzialabdeckung. In diesem Falle die mittlere Achse für den TRX6, auch mit Messinggehäusen. Und die Hinterachse ohne Messinggehäuse. Alle drei Achsen mit diesen schweren Messinggewichten wäre zu viel. Deswegen machen wir die letzte mit normalen Aluminium-Portalgehäusen. Perfekt gefräst. Richtig schönes Design. Passgenau für Differenzialsperre oder ohne Differenzialsperre. Lagersitz. Alles perfekt. Gibt es für TRX6 Hauler, TRX6 Mercedes. Für Defender, Bronco, Bronco Alt. Alle Modelle, die es gibt. Auch für die High Trail. Die Hinterachse für den TRX4, ebenfalls mit Messinggehäusen. Dann ohne den hinteren Ausgang. Auch mit einer Differabdeckung aus Messing. Richtig schöne Teile, die die Performance von eurem Crawler deutlich verbessern. Scheibe Schlofer. Kiste Das ist- Verschwinden. Richtig zu mir.